Digitalisierung und Automatisierung werden immer wichtiger in unserem täglichen Leben und besonders in unserer Wirtschaft. Nur mit der besten Infrastruktur können wir international mithalten. Dafür braucht es vor allen Dingen ein schnelles Netz. Wenn wir aktuell einen Glasfaseranteil von 4 Prozent in Deutschland haben und damit im weltweiten Vergleich nur auf Platz 33 stehen, zeigt es uns, hier muss gehandelt werden. Und das nicht nur in der Stadt, sondern gerade im ländlichen Raum. Denn hier ist die Herzkammer unserer Wirtschaft beheimatet. Unser Mittelstand. Dafür werde ich mich einsetzen und freue mich, wenn Sie mich auf diesem Wege unterstützen.